Aber erst mal ein Selfie nehmen. Genau. Das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Ja, genau. Was er sagte. Was er sagte. Ja, wir sind... Wir sind gerade voll bepackt. The weaponized peace panda and the samurai... Der bewaffelte Friedenspanda. Ich bin auf Zoom gekommen. Ich bin neu in diesem Vlog Zeug. Ich bin der Otaku Panda. Mit meinem Nerd Shirt. In diesem Fall Homer. Und wir sind auf dem Weg zum Cosplay Treffen. Unter anderem. Es ist Falanta. Und deswegen... Außerdem ist schönes Wetter. Und wir sind... Ready to party. Hallo. Ich bin jetzt da an dem Ort, an dem unser Treffen stattfinden wird. Aber wohlweislich schon zwei Stunden vor allen anderen. Einfach um noch einen Platz zu kriegen. Unsere Stammplätze, wo wir hier im Wiesengrund einmal sind, sind nämlich schon belegt. Und zwar... Ich glaube, die wohnen jetzt da. Die haben ja einen halben Hausrat dabei. So richtig schön. Couch und... So ein schöner Fliesentisch. Naja... Geh mal Camping. Okay, ich hol den Möbelwagen. Es ist ja noch nie mal Camping. Es ist ja... Picknick. Grillen gehen. Muss man da wirklich seine komplette Wohnung mitnehmen? Warum geht man da überhaupt raus? Fragen über Fragen. Das ist eine 3D-Kamera, wäre wert. Das ist jetzt ein ziemlich cooler Effekt. Also langsam, aber sicher bin ich nicht mehr allein. Und die Leute sind eingetroffen. Filme mal einfach mal so rum. Ja, ist gut. Nein, der Koshiro war heute schmutzig. Deswegen kommen wir irgendwann an. Deswegen bin ich frei. Kameramann, auch noch. Klingt da sowieso Musik drüber. Wow. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. Oh, ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Otaku Panda. Out. Out. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.